Eminem, 45, konnte sich zum achten Mal mit einem Album an der Spitze der US-Charts positionieren. Der Rapper Vogue on Vota, ist dank seiner neuen Platte Revival der erste Künstler, dem es so oft in Folge gelang, sofort auf Platz 1 einzusteigen. Das Album verkaufte sich bis Heiligabend 267.000 Mal und ließ damit nicht nur die aktuelle Konkurrenz hinter sich, sondern gehört gleichzeitig auch zu den drei meistverkauften Hip-Hop-Neuerscheinungen des Jahres, nur Kendrick Lemars der mit 603.000 Kopien und Rex More Live mit 505.000 erzielten Verkäufen in der ersten Woche waren Revival überlegen. Eminem indes reiht sich nun in die Gesellschaft solch illustrer Künstler wie Madonna, U2 und Country-Sänger Kenny Chesney ein, denen es allen jeweils achtmal gelang, sich von 0 auf 1 zu positionieren. Den Rekord halten allerdings die Beatness, denen dieses Unterfangen stolze 19-mal gelang, Eminems Kollege Jay-Z ist ihnen mit 14 Nummer 1-Platzierungen dicht auf den Fersen. Elfmal erreichte Barbra Streisand die Pole Position, zehnmal Elvis Presley und neunmal gelang das Country-Star Gasbrook sowie den Rolling Stones. In Deutschland schaffte es Eminems Revival übrigens nicht ganz auf den ersten Platz, Ed Sheerans drittes Studioalbum' geteilt Zeichen apostroph schien kurz vor Weihnachten noch etwas mehr anzusprechen und wanderte von der dritten an die erste Stelle, und das obwohl sich die Platte bereits 42 Wochen in den Charts befindet. Vielleicht schafft es Eminem aus seiner Startposition an zweiter Stelle ja nächste Woche an Ed vorbei zu ziehen. Cover-Media Sprech Sprech Sprech